Ich war in einer Gruppe drin, die hat sich mit dem Thema innerer Wandel beschäftigt. Innerer Wandel und Kommunikation, was uns ein sehr, sehr großes Herzensanliegen ist. Wir haben festgestellt, dass wir in unserer Gesellschaft stark mit dem Kopf denken, Sachen probieren zu analysieren und Lösungen zu finden und damit auch gerne ins Machen gehen, in die Hand, ins Wirken und wir funktionieren quasi wie Maschinen. Wir haben eine Strategie, gehen in die Hand und probieren, Sachen damit zu lösen. Wir vergessen aber oft den Körper damit, das Herz, was unsere eigentliche tiefe Kraft darunter liegt. Und das ist auch wichtig, denke ich, für den inneren Wandel ins Bewusstsein zu rufen. Da haben wir uns Gedanken gemacht, es gibt viele unterschiedliche Ansätze, die können von Meditation, Yoga gehen, zur einfach achtsamen Achtung miteinander. Und genau, da haben wir uns Gedanken gemacht und werden die hoffentlich auch bald in Praxis umsetzen können. Dankeschön.